dann haben wir hier wieder wald rein man hat fack mich ein bisschen an dass das mein plan nicht gegangen ist mein super duper durchgeknallte geiler super mäßiger überlegter plan der mut so ok gut also das heißt dann gehen auf da kann sie in die haare schmieren kollege scheiß auf den dann gibt mir einen neuen bisschen besseren ich bin gerade mit der durchsicht des neuen auftrags fertig geworden und ich glaube er passt gut ich weiß nicht wie ich ja ja ich weiß nicht wie ich das hinkriege kriegs hin 24.000 einnahmen pro minute aus gestern nur Prozent gestern anlagen wir haben wenn ich doch nicht 24 kann schaden ein paar so immer wie wenn sie das mal hier wenn sie die gifte alle beiden gäste mit dem sich als kack in einer gäste irgendwie immer mit gäste oder irgendwas mit du sauer kämpfen oder so ein scheiß man kann man schauen jetzt brütt den kack noch raus da muss noch irgendwas jetzt mal fertig werden sich hier irgendwas umändern ich kann hier nichts umändern ich habe schon alles betriebskosten meine fresse ne was ne das ist nicht speichert dumm oder wat oh mein gott so 25 ich vergesse die ganze liga kurz knapp oder ganz knapp sicher boah alt vielleicht hilfst du dir was ich hoffe sonst werde ich bald wahnsinnig und diese erfolgsweite 3 upgrade will ich noch behalten das will ich noch schaffen ich will sie sowieso haben auch deswegen und dafür brauche ich halt noch ein bisschen wird also die warten die der spaß ist voll oder ob das war jetzt falsch aber jetzt gleich mal sowieso hier noch kurz vor schauen äh 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 Gebäude ne hier nicht Gehege ne wo ist denn der scheiß gescheuert sie ist doch hier ist doch hier Volkarte Isla Sorna und Isla Sorna ist die letzte habe ich recht ich habe recht wie gesagt das dauert noch ein bisschen warum habe ich jetzt wieder boah Alter Alter Verwalter gut so was geht hier ab ist hier irgendwie stress wovon ist du jetzt Panik ok komm schon 22 gib mir noch 3000 1000 ich habe hier nur 94 9000 boah oha wie habe ich da mit einem anderen in sich geschafft mit 900 irgendwas oha komm schon gib mir irgendwo irgendeine fertige Mission mir egal wo viel alter gib mir 24 25.000 doch einfach wer will ich nicht Mann hier irgendwie noch ja hier kann ich das ist mir relativ ok da hinten mit das ist mit dem zu tun weil ich hätte grad was Upgrade oder wie sehe ich das das ist eigentlich nicht und noch immer nicht ich werde ich werde bescheuert ok dann tut die Gäste an so geht uns weg und vielleicht kriegen wir das andere ja doch noch irgendwie die 25.000 und tut den scheiß weg gib mir irgendwas weg jeder sagt sie hätten immer alles im griff und das kriege ich hin dieser neue Auftrag sollte also ein Kinderspiel sein richtig dann wo es jetzt einfach ist ok ja das ist ok so das muss doch jetzt mal klappen am besten gleich hier da hätten wir schon werden ok komm gleich go ich weiß nicht welche Dinosaurier einfach irgendeiner ok auf geht das wanker ja super frisst irgendwer von euch da planscht wer super komm schon wo hängt das denn hallo ich häng irgendwo jetzt frisst wieder keiner ahhhhhhhhh komm schon wir fressen ich weiß ein das gar nicht so eine position fressen die machen eine tatsächlich will ich werde ich werde wahnsinnig da da wie ist das denn wie ist das denn wie ist das denn wie ist das denn ne nicht wirklich das gibt es denn das gibt es doch nicht genau jetzt frisst hier keiner das gibt es doch nicht genau jetzt frisst hier keiner ist noch irgendwo ein noch irgendwo ein Futter da hinten aber es frisst halt grad keiner was alter du brauchst gar nicht zur basis zurückkehren kannst du knicken halt was sind das für Parts bei beiden in woher ich jetzt so kurz davor dass ich eine Mission schaffe aber es will nicht Es will nicht geschafft werden. Keiner hat gerade Bock. Keiner hat gerade Bock. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Du sollst nicht die Tür aufmachen. Ich hätte eine Idee, aber die LED ist bescheuert. Ich tue einfach alle Fotos und sie uns kurz weg. Und damit sie Hunger bekommen. Dann tue ich einen rein. Und dann fotografiere ich das. Aber das ist irgendwie bescheuert. Finde ich. Da hinten wird dann irgendwo was. Oh mein Gott. Please. Ja. Ist das Fischlöschen gewesen? Fischlöschen. Ja. Oh, endlich. Mein Gott. Ich habe keine Selfies allerdings. Fotos, auf denen sie verspeist werden, kann ich nicht verkaufen. Wobei. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke. Okay, schön. Oh, endlich. Meine Fresse. Das sind 100 Jahre. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Okay. Schön. Geil. Oh. So. Wäre es noch die Gästeanlage auf 25.000 kommen würde, wäre ich auch super glücklich. Aber ich glaube es nicht. Egal. So. Gib mir noch einen. Ich glaube, einen Aufzug brauchen wir noch. Das soll ich es schaffen. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach. Oh. Eint. Nein. Ich bin doof. Ich drück auf Abbrechen. Ich vollidiot. Ich drück echt auf Abbrechen. Ich bin so bescheuert. Oh mein Gott. Kann ich das irgendwie laden? Und wer letztes Mal gespeichert hat. Boah. Er ist nicht euer Ernst, oder? 18. 16. 40. 16. 18. 38. Soll ich das laden? Es ist heute. Der heutige Tag und alles mögliche. So eine einfache Vision und ich drück sie weg. Ich drück sie einfach kackenfrech weg, weil ich bescheuert bin. Alter. Meine Fresse. So, aber ich glaube, jetzt muss ich das Foto nochmal machen. So, aber ich glaube, jetzt muss ich das Foto nochmal machen. müsste, aber ich glaube schon. Wie lange lädt der Bild, dass er den letzten Kontrollpunkt hat? Alter. Einnahmen pro Minute, wenn sie... Ah! Geil! Ich muss das Foto nochmal machen. Geil! Oh, Gott sei Dank. Perfekt. Super. Ja. 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 Okay, so, ist der andere Dude noch? Wer ist nicht, der andere Dude noch? Ja, nicht. So, ich hoffe, dass ihr jetzt den gleichen Auftrag wird bekommen. Bekommen. Bekommen wir. Ja. Da ist ein Auftrag, dass mein Scheibtisch lehrt. Sie müssen ihn sich ansehen. Wurscht. Scheißegal. Mach ich. Passt auch. Ja, okay. Ist mir... Was, was, ich... Ich... Ich spiel zum Schlag. Ich hab keine... Ich hab ein Sprachvitter schon... Geht immer. So, wird der Kack einfach hierhin passen, weil ich... Tu ihn eh gleich wieder weg. Die Bar, wo ist diese Scheiß-Bar? Die Bar. Oh, endlich. Jetzt hab ich den Kack. Geil. So, warte mal. Okay, schön. So, äh... Ja, ich hab Spaß gemacht. Ich brauch den Kack-Gang mehr machen. Jawohl, oh, danke. Haben mehr. Oh, ist das schön. Ah, ist das schön. Ist das ein Träumchen oder was? Oh ja, auf jeden Fall. So. Gut, dann werde ich jetzt aber... Warte. Dann werde ich jetzt aber den Auftrag abbrechen, weil... Oh, ja, nicht mehr. Wofür? Scheißaufdruck. Den lass ich jetzt eben so, weil den würde ich jetzt selber auch machen. Gut. Dann werde ich jetzt nochmal speichern. Ich war noch nicht einfach, aber ich werde es erstmal speichern. Den ganzen Kack mal fertig hab. Äh, das letzte ist das hier. Bams, Bams, Bams. So, und wie es? So, das hat den Spaß alles. Jetzt, genau, jetzt werde ich erstmal hier kurz schauen. Die Forschung werde ich gleich mal hier den Dino abforschen. Richtig ins Gesicht forschen. Isla war dann 0. Spam. Geiles Ding. Isla Penna... Wie ist es scharf? Ne, unterhalten. Ne, unterhalten ist es. Okay. Gut. Fossilien... Schauen wir mal wie aus. Schauen wir mal so, okay. Okay. Gut. 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 Gut.